Hallo, ich habe die Ella Fieder Kruse bei mir und sie spielt die Tilly in Tilly Klapperzahn. Sag mal, warst du eigentlich schon mal alleine zu Hause? Nein. Nein? Oh. Und der Film heißt ja Tilly Klapperzahn. Ja. Hattest du eigentlich schon mal einen wackelnden Zahn oder ist dir schon mal ein Zahn rausgefallen? Ja. Wie viele schon? Erst einer oder? Acht. Acht. Und kam dann auch die Zahnfee? Ja. Oh. Und was hat sie gebracht? Sie hat ein Euro-Stück mitgebracht und manchmal auch zwei und ja. Schön. Und zwar, du siehst ja in dem Film so ein bisschen aus wie die Pippi Langstrumpf. Ja. Ist das Absicht oder ist das aus Versehen passiert? Aus Versehen passiert. Weil du hast ja auch so schöne rote Haare wie die Pippi Langstrumpf. Ja. Und in dem Film, da ist ja unter dem Wischmob ein kleines Monsterchen. Ja. Hast du eigentlich Angst vor Monstern? Nein. Nein. Du bist aber ein ganz tapferes Mädchen. Ja. Dann Dankeschön für das kurze Interview und dass du hier bist. Bitteschön.